Ich schicke euch einfach mal zu heiß da, okay? Der hat gerade einen Zuschauer, Leute. Einen. Und ihr füllt jetzt mal einfach da die Bude auf, okay? Da freue ich mich schon. Und sagt auf jeden Fall einmal mal Hallo. Eizi, du Verrückter. Das kannst du mir doch nicht antun. Ich bin viel zu drunerfahren und klein für so viele Leute. Eben waren wir noch zu dritt. Hallo. Oh, jetzt muss ich 100 Leuten Hallo sagen. Ähm, das mache ich aber sehr gerne. Hallo. Achso, ich habe jemanden, der sagt für mich, der sagt alles Hallo. Ich muss es abschalten. Das war eine gute Idee, als ich nur fünf Zuschauer hatte. Ah, Leute. Ähm. Ich muss mir was... Das war eine blöde Idee, diesen Sound einzuschalten. Also immer, wenn einer was zum ersten Mal überhaupt sagt, dann gibt es ein Hallo. Ähm. Ähm. You know, this could be a really lovely place. It is a lovely place. Eizi. 279 Leute schickst du zu mir. Haben die alle kein Zuhause. Schön, dass ihr da seid. Äh, wir sterben in PUBG. Wie sich das gehört. Ähm. Teus, danke für dein Follow. Äh. Herzlich willkommen, alle die da sind. You know, this could be a really lovely place. It is a lovely place. Alex, danke für dein Follow. Und, äh, Sönitas, ja moin. Äh, wen haben wir denn noch so da? Da muss ich jetzt überall... Was heißt muss? Jetzt musst du erst mal alle Leute, die er rübergeschickt hat, persönlich mit Namen begrüßen. Hallo kriegen die aber. Die kriegen alle einen Hallo.